So Leute, heute soll es hier mal um eine Aufgabe aus der Woche 6 gehen. Das Ganze nennt sich hier, fange eine Waffe bei der Buchtenbude. Das Ganze müssen wir nur einmal machen. Wo sich die Buchtenbude befindet, werde ich euch gleich zeigen. Falls euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst gerne ein Like da und doch ein Abo da, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Ich habe jetzt hier schon mal eine Runde Gruppenkeile gestartet und hier befindet sich die Buchtenbude. Die musste man glaube ich schon einmal besuchen, bin mir aber gerade nicht sicher. Und hier müssen wir jetzt einfach eine Waffe angeln. Könnte ein bisschen nervig werden. Wir haben eine Harpune, das zählt auch, falls ihr das mit der Harpune machen wollt. Aber wir brauchen hier erstmal, ja okay, das werden wir wahrscheinlich eh nicht finden, eine Stelle, um zu angeln. Das da hinten sollte nicht mehr zu der Buchtenbude zählen. Oh, wir haben hier sogar eine. Also wenn ihr Glück habt, dann habt ihr eine und zieht auch hier eine Waffe raus. Okay, schade. Dann müsst ihr es einfach so machen, dass ihr hier die ganze Zeit chillt. Aber es könnte schon schwer sein. Bekommt man da überhaupt eine Waffe raus? Ich denke mal schon. Aber es ist sehr, sehr schwer. Checkt auf jeden Fall auch die ganzen anderen Videos ab. Einfach mal oben rechts auf das i klicken. Dann kommt ihr direkt zu den ganzen Videos und zu den ganzen anderen Challenges, die heute auch rausgekommen sind. So, wenn ich jetzt hier keine Waffe finde, dann werde ich auch dann gleich einfach das Video beenden. Oh, okay. Ich habe eine Stempelkarte fertig gemacht. Perfekt. Werde jetzt hier noch ein paar Versuche machen. Die Zone kommt auch schon. Das heißt, ein bisschen Zeitdruck habe ich hier auch. Boah, eine Dose. Aber ich brauche eine Waffe. Haben wir hier echt keine bessere Angelstelle? Oh, ich habe eine Waffe. Perfekt. Also so lange dauert es gar nicht. Ihr seht, es ist relativ einfach. Was haben wir da vorne? Das scheint mir irgendwie neu zu sein. Ich markiere euch auch den Ortlich auf der Karte. Ah, das ist ein neuer Orientierungspunkt. Bekommen wir dafür XP? 1000 EP. Wow. Und wo ist hier die Truhe? Hä? Kommt man da überhaupt dran? Ach so, man muss es zerstören. Wow. Wow, wow, wow. Ich wollte die eigentlich gar nicht kaputt machen. Naja, ist ja egal. Die Buchtenbude befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Kann man etwas schlechter jetzt erkennen. Aber ihr solltet es, denke ich mal, trotzdem erkennen. Hier ist Holy Hedges. Einfach hier rüber und ganz genau hier bei diesem kleinen Berg. Und hier ist dann die andere Figur. Aber das braucht ihr eigentlich eh nicht zu wissen. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video. Dann ein dieses Team ist langsamer dem Bild. Ja, das war mit dem ich egal. Und dann, das thể, ich Finalität ver cropsierte gut, Und das war es gar nicht danach.